Huhu Leute, ich bin Flascher und willkommen zu einem weiteren Guild Wars War Build Guide heute zum Condi Soulbeast. Der wurde sich unter dem letzten Video gewünscht und da war auch der Wunsch, beide Varianten zu zeigen. Das werden wir heute machen. Wer momentan noch nicht weiß, hä, zwei Varianten, welche gibt's da? Das werdet ihr natürlich heute kennenlernen. Das heißt, wir gucken uns hier heute alles an, was zum Condi Soulbeast als DPSler gehört. Nun, am Anfang, ja, versuche ich ja immer die Klassen so ein bisschen einzusortieren. Das ist beim Condi Soulbeast ziemlich schwer. Der ist ziemlich stark, also er hat einen sehr hohen DPS. Als Condi-Klasse ist natürlich dann auch bei allem, wo Condi sehr stark ist, also bei bestimmten Raid-Bossen ist er natürlich auch sehr stark. Und vor allem, und das ist der große Vorteil vom Condi Soulbeast, was viele von euch freuen wird, der ist total einfach zu spielen. Vor allem die zweite Variante, die wir heute kennenlernen, das hat so ziemlich die stumpfeste Rotation, die es im Spiel gibt. Und trotzdem, dafür, dass der so stumpf zu spielen ist, macht er richtig viel DPS. Also wer wirklich mal in Raids einsteigen will, der ist mit dem Condi Soulbeast hier echt gut beraten, weil man kann super hohen DPS machen und man muss nicht mal, ja, eine ultimativ schwierige Rotation lernen. Das ist wirklich der große Vorteil an dem. Allerdings, und jetzt kommt der Nachteil daran, der Condi Soulbeast ist bei keinem einzigen Raid-Boss Best in Slot, beziehungsweise Top-DPS. Das heißt, es gibt immer bei jedem Boss irgendeine DPS-Klasse, die besser ist als der Condi Soulbeast. Das heißt natürlich nicht, dass der Condi Soulbeast schlecht ist. Also selbst wenn er jetzt nur Platz 2 oder Platz 3 wäre, ist er ja immer noch total stark und macht seinen DPS, der nötig ist, um den Raid-Boss zu schaffen. Er ist halt nur nicht Top, also absolute Top-1-DPS. Und das ist auch der Grund, warum ihr in Speedrun-Gilden und in Videos von Speedrun-Gilden so gut wie nie in Condi Soulbeast sehen werdet. Auch wenn ihr auf die Guide-Seiten von Snowcross oder von uns Lucky Noobs geht, da seht ihr beim Condi Soulbeast bei Effektivität für Speedrun-Gilden, seht ihr, dass er ganz, ganz schlecht einsortiert ist. Das liegt aber einfach nur daran, dass Speedrun-Gilden immer nur die absolut optimalste Team-Comp spielen bei den verschiedenen Bossen. Das heißt, es wird nicht das gespielt, wo der DPS-Spieler gerade Bock drauf hat, sondern das, was für den Boss nun mal gerade einfach am allerbesten ist. Und so spielen halt Speedrun-Gilden. Und da der Condi Soulbeast nie Top-DPS ist, wird er auch so gut wie nie gespielt. Das ist halt das Problem. Trotzdem, wie gesagt, lasst euch davon nicht abschrecken. Der ist nicht schlecht und das heißt nicht, dass der nicht spielbar ist, nur weil die Speedrun-Gilden nicht machen. Es gibt immer noch einen Unterschied zwischen Speedrun-Gruppen und normalen Pack-Gruppen. Und ich habe auch schon in einem anderen Video gezeigt, nicht nur gesagt, sondern auch gezeigt und bewiesen, dass nur weil eine Top-Gilde eine bestimmte Klasse spielt, das nicht bedeutet, dass auch alle anderen Spieler diese Klasse spielen sollten und das sogar in die Hose gehen kann, wenn das gemacht wird. Weil zum Teil die Rotations so extrem schwierig sind und vor allem, dass zum Teil auch die komplette Team-Comp auf diese eine DPS-Klasse ausgerichtet ist und das nur funktioniert, wenn auch wirklich das ganze Team danach ausgerichtet ist. Und das ist halt oft bei Pack-Gruppen nicht. Das Darum ist sogar der Condi Soulbeast hier für Pack-Gruppen sehr, sehr, ja, einsteigerfreundlich, weil er, wie gesagt, sehr einfach zu spielen ist und einen hohen DPS macht. Ja, das dazu trotzdem noch eine Sache. Meistens ist es so, die Soulbeast, die man sieht, die sind meistens total schlecht. Also ich sage euch die ganze Zeit, dass der total einfach zu spielen ist. Trotzdem, die meisten Soulbeasts, die man sieht, vor allem die Condi Soulbeasts, sind mega schlecht. Das liegt aber auch gleichzeitig wieder daran, dass die Speedrun-Gelden das nicht spielen. Denn der Großteil der Community, die halten sich nun mal an die Metables und an die Vorgaben der großen Hardcore-Gelden. Und da spielt halt so gut wie keiner ein Condi Soulbeast. Das heißt, auch die Community selbst spielt die nicht so gerne und ist da auch nicht so trainiert drin. Darum ist es bei den meisten Leuten so, die dann trotzdem Condi Soulbeast spielen, haben die erstens nicht so viele Informationen, so viele Quellen, wo sie Informationen herkriegen können, weil sich die Speedrun-Gelden auch nicht so sehr damit beschäftigen, so viel. Und es gibt natürlich auch kaum Videos zum Angucken, wo das mal gespielt wird. Und darum sind die meisten trotzdem relativ schlecht. Aber ich kann euch versprechen, wenn ihr diesen Guide hier guckt, alles verstanden habt und die Rotation ein bisschen geübt habt, die echt nicht schwierig ist, dann könnt ihr auch den Soulbeast richtig gut in Raids spielen. Naja, so bevor wir uns anfangen können, ähm, bevor wir anfangen können, meine ich natürlich, müssen wir noch kurz klären, welche zwei Varianten es gibt, die ich angesprochen habe. Und zwar gibt es einmal die ganz normale Variante, die schon immer gespielt wird, seit es den Condi Soulbeast gibt. Und zwar ist die mit Kurzbogen und mit Dolch-Fackel. Früher war das mal eine Axt, mittlerweile ist es Dolch als der Haupthand. Also Kurzbogen, Dolch-Fackel. Die Rotation, die ist jetzt auch nicht übertrieben schwer, aber jetzt auch nicht die einfachste. Das heißt, hier muss man ein bisschen üben. Macht allerdings, macht dieses Build potenziell den meisten DPS. Vor allem bei diesem Build kann man sich auch noch ein bisschen besser an bestimmte Bosse anpassen, um bei einigen Bossen nochmal ein bisschen mehr DPS rauszukitzeln. Die andere Variante, die wird SB hoch 3 genannt. Das ist nämlich ein Soulbeast mit einem Kurzbogen und noch einem Kurzbogen. Also einfach zwei Kurzbögen. Auf Englisch heißen die natürlich Shortbow. Das heißt, man hat ein Soulbeast, ein SB. Man hat ein Shortbow, noch ein SB und man hat noch ein Shortbow, also noch ein SB. Darum wird der Build halt auch SB hoch 3 genannt. Soulbeast, Shortbow, Shortbow sozusagen. Der ist total stumpf. Also der ist wirklich richtig, richtig einfach. Das kann jeder innerhalb kürzester Zeit lernen und trotzdem macht er ganz guten Schaden. Wir werden uns heute natürlich alle Varianten angucken. Ich empfehle natürlich die anständige Variante mit Kurzbogen und Dolch-Fackel, weil die nun mal einfach ein bisschen mehr DPS macht und man sich noch an Bosse anpassen kann. Aber wer vielleicht einfach mal anfangen will, ein bisschen in die Raid-Szene einzusteigen, der ist mit dem SB hoch 3 auf jeden Fall schon mal ganz gut bedient. Man findet sogar auch dazu ein paar Videos auf YouTube, sogar auch hier von Hardcore-Spielern. Zum Beispiel, ich glaube sogar Roka hat, glaube ich, ein paar Videos, wo er mal SB hoch 3 gespielt hat. Naja, das zum Vorgeplinkert hat mal wieder länger gedauert als geplant, aber das kennt ihr von mir. Darum würde ich sagen, starten wir direkt mal ins Gear. Das Problem an der Sache ist, dass beide Varianten, sowohl die mit Dolch-Fackel als auch die mit Shortbow-Shortbow, dass die unterschiedliches Gear benötigen. Das ist ein bisschen blöd. Das heißt, wenn ihr nicht gerade mehrere Gear-Sets rumliegen habt, die ihr nutzen könnt, oder eine legendäre Rüstung habt, dann müsst ihr euch natürlich erstmal für ein Gear-Set entscheiden. Darum, ich stelle euch jetzt hier beide vor. Ihr müsst dann erstmal selber gucken, wie ihr das macht. Fangen wir an mit dem ganz normalen Set für Kurzbogen und Dolch-Fackel. Also das, was ich sowieso empfehle, weil es halt theoretisch einfach besser ist. Da benutzt man alles Viper, also Kraft, Prezi, Zustandsschaden, Fachkenntnis mit Kraft und Zustandsschaden als Hauptattribut. Komplett alles. Also die komplette Rüstung in Viper, der komplette Schmuck in Viper und auch die Waffen in Viper. Wie gesagt, Kurzbogen und Dolch-Fackel. Alles Viper. Auf die Rüstung kommt die Rune der Befallenen. Die gibt Zustandsschaden, Giftdauer, Zustandsschaden, Blutungsdauer, Zustandsschaden und nochmal Zustandsdauer. Das heißt, hier wird ganz viel Zustandsschaden und auch verschiedene Dauern, sowohl von Gift als auch Blutung, als auch generell werden gepusht. Das ist gut, denn wir werden hauptsächlich unsere Condis, die wir machen, werden nämlich Blutung, Gift, Brennen und dann je nach Variante, das werden wir auch noch später sehen, auch noch Konfusion sein. Das heißt, diese ganzen Sachen zu pushen ist schon mal sehr gut. Auf die Waffen kommt Bosheit und Erde, jeweils auf beide Sets. Also ihr seht es hier, auf dem Kurzbogen ist Bosheit und Erde, kriegt man nochmal 10% mehr Zustandsdauer. Und auf dem Dolch-Fackel-Set ist auch nochmal Bosheit und Erde, wie ihr seht. Das Problem ist nämlich, der Condis Holbys, der hat von den Trades aus, hat er im Prinzip keine so richtig guten Trades, um seine generelle Zustandsdauer wirklich hoch zu pushen. Das geht bei anderen Klassen, wie zum Beispiel ein Krieger oder wie beim Engie oder sowas geht das einfacher, bestimmte Zustände richtig schnell hochzukriegen. Das geht bei dem hier nicht, darum brauchen wir viel generelles, generelle Zustandsdauer, die halt für alle ist. Darum zum Beispiel auch der Bosheit auf dem Kurzbogen, beziehungsweise auf beiden Waffensets. Naja, habt ihr das Set so, wie ihr es hier seht, dann kommt ihr hier auf 73,4%. Dazu muss man aber auch noch sagen, das ist jetzt eine blöde Sache, ich habe gerade noch gesagt, man braucht viel generelle Zustandsdauer. Und wenn ihr euch jetzt mal die Infusionen anguckt, die ich drauf habe, dann seht ihr, das sind Fachkenntnis-Infusionen. Fachkenntnis ist natürlich das, was Zustandsdauer gibt. Also anders als bei anderen Condi-Klassen, bei so ziemlich allen anderen Condi-Klassen, die ich bisher gezeigt habe, wo man einfach nur normale Condi-Damage-Infusionen nimmt, nutzt man hier bei dem Fachkenntnis-Infusionen. Das ist ein bisschen blöd, weil man halt die Condi-Damage-Infusionen so oft braucht, haben die auch viele Leute und können die zur Not zwischen den Charakteren hin und her wechseln. Fachkenntnis-Infusionen braucht man so gut wie nie und darum hat die auch so gut wie keiner. Das ist der große Nachteil an dem Bild, dass man halt die Fachkenntnis-Infusionen braucht. Aber dann kommt ihr, wie ihr seht, auf 73,4% generell im Zustandsdauer. Und dann haben wir für Blutung haben wir 93,4% und für Gift 93,4%. Das liegt halt einmal darum, was habe ich gesagt, 83,4% für Gift natürlich. Also 93% Blutung, 83% Gift, 73% alles andere. Dass Gift und Blutung höher ist, liegt halt einmal daran, dass das hier in der Rune nochmal drin ist. Und dann sehen wir später auch noch, dass es in den Trades auch nochmal was für die Blutung gibt. Naja, also somit kommen wir so hoch, wenn wir jetzt noch Food reinnehmen. Food gucken wir uns gleich noch an, aber ich nehme ein Food schon mal rein. Das Food, was man hier normalerweise benutzt. Und dann seht ihr, dann kommen wir bei generellem Zustandsdauer, kommen wir auf 80,06% und dann ist es bei Blutung natürlich 100,06%. Die 0,6% am Ende werden natürlich nicht angezeigt, weil es übercappt ist. Es geht nur bis maximal plus 100%. Das heißt, wir haben hier ganz genau, ja gut, 0,6% zu viel, aber ist ja nicht so schlimm, haben wir ganz genau die Blutung auf 100% gebracht, Gift ist auf 90%, alles andere ist auf 80%. Also ziemlich hoch. So eine generelle Zustandsdauer von 80% hat auch so gut wie keine andere Klasse, weil die anderen Klassen halt das hauptsächlich über Trades machen, die dann zum Beispiel einfach mal 33% auf Blutung oder auf Brennen geben, wie zum Beispiel der Engie oder sowas. Das heißt, man braucht die generelle Zustandsdauer nicht so hoch wie hier. Aber man kommt halt nur so hoch, wenn man wirklich auch diese Fachkenntnis-Infusionen nutzt. Und das ist, wie gesagt, ein bisschen blöd. Nutzt ihr die nicht, habt ihr, wie gesagt, diese ungefähr 7% oder was das da waren oder 6% halt weniger. Genau. Ja, müssten 6% sein eigentlich, weil man kriegt ja durch Infusionen kriegt man 90 Stats, immer 15%, immer 15 Stats sind 1%, 90 durch 15 sind halt, sorry, da hat es gerade an der Tür geklingelt, wo war ich, äh, 90 durch 15 genau, sind halt gerade genau diese 6%, dass wir auf 74% normal wären. Naja, das zu dem Gear. Ähm, ich werde jetzt nochmal schnell umgegieren, denn das ist nicht ganz so einfach, da ich auch nicht beides Sets, also ich habe nicht Schmuck für beides Sets, das heißt, ich muss hier auch ein bisschen was rumwechseln. Ich mache nochmal schnell einen kleinen Cut, ähm, wechsel in das Gear, und dann sehen wir uns gleich wieder für die SB hoch 3 Variante. So, ich habe schnell umgegiert auf die SB hoch 3 Variante, ihr seht es, ich habe jetzt hier auch im Inventar, habe ich jeweils zwei Kurzbögen drin, zwischen denen einfach nur hin und her gewechselt wird. An dem Gear sonst hat sich nicht so viel geändert, aber ein bisschen schon, nämlich einmal ist der Helm, der ist jetzt finster, also Kraft, Präzision, Zustandsschaden, mit Zustandsschaden als Hauptattribut, also ohne Fachkenntnis. Wir brauchen jetzt also in dieser Variante nicht mehr ganz so viel Fachkenntnis wie früher. Außerdem haben wir alles andere ist Viper geblieben, das ist übrigens das Einzige, was finster ist, alles andere bleibt Viper. Außerdem haben wir auch eine neue Rune drauf, das heißt nicht mehr die Rune der Befallenen wie gerade noch, sondern die Rune der Kreid. Die gibt Zustandsschaden, Blutungsdauer, Zustandsschaden, Blutungsdauer, Zustandsschaden, Blutungsdauer. Also ihr seht, die gibt ziemlich viel Blutungsdauer. Das liegt daran, dass der Kurzbogen hauptsächlich nun mal Blutung macht. Ich meine gut, er kann auch noch Gift und sowas, aber hauptsächlich die Zustände, die wir mit einem Kurzbogen machen, sind nun mal einfach Blutung. Das heißt, wir müssen auch unseren generellen Zustandsschaden nicht ganz so hoch ballern, weil wir eh fast nur Blutung machen. Also irgendwie sowas um die 60, 65 Prozent oder sowas unseres gesamten DPSs ist allein nur Blutung. Darum können wir natürlich auch eine Rune nehmen, die unsere Blutungsdauer nach oben pusht, wodurch wir dann insgesamt nicht so viel andere Zustandsdauer verbessernden Sachen mitnehmen müssen, weil wir nur Blutung auf 100 Prozent bringen müssen. Darum reicht auch diesmal der Helm auf finster. Und ihr seht jetzt auch an Infusion ist hier nicht mehr Fachkenntnis drin, sondern Zustandsschaden. Das heißt, jetzt haben wir wieder hier ein komplettes Zustandsschaden-Infusionsset auf der kompletten Rüstung, auf den kompletten Schmuckteilen und auch auf den Waffen. Überall ist Zustandsschaden drauf. Sonst, wie gesagt, ist alles Viper geblieben, außer der Helm finster und die Kreidruhne. Auf den Kurzbögen kommen jeweils Geomantie und Erde. Also auch hier brauchen wir jetzt das Bosheitssigil nicht mehr, weil wir sowieso die Blutung auf 100 Prozent kriegen. Das heißt, auf beides Sets einfach Geomantie und Erde. Wir werden einfach immer auf Cooldown die Waffensets wechseln, um einfach die ganze Zeit Geomantie auszulösen. Und Erde machen wir sowieso. Also auch wieder zwei Sigile, die einfach nur Blutungen auf unsere Gegner machen. Also ziemlich einfach. Ihr seht, ich bin jetzt hier bei, durch diese Runen hier allein gibt es 40 Prozent, nee, gibt es allein 50 Prozent Blutungsdauer. Wir haben jetzt 20, 20, 10, also kriegen wir 50 Prozent Blutungsdauer alleine durch die Rune. Das heißt, wir müssen unsere generelle Zustandsdauer nur auf 50 bringen. Ist jetzt hier ein bisschen zu groß, die 52,06, 2 Prozent zu viel. Liegt aber daran, dass ich noch das Bufffood von gerade drin habe. Denn theoretisch bei diesem Bild mit dem Shortbow spielt man mit einem anderen Bufffood, nämlich nicht mehr mit seltener Gemüsepizza, sondern mit Teller mit Rinderrindern. Das gibt nämlich nicht 100 Fachkenntnis und 70 Zustandsschaden, sondern genau gedreht. 100 Zustandsschaden und 70 Fachkenntnis. Das heißt, hierdurch verliert man 30 Fachkenntnis und 30 durch 15 sind zwei, also verliert man genau 2 Prozent. Ich nehme das Rinderrindern dann mal rein und dann seht ihr, dann sind wir hier bei 50,06 und somit ist dann auch plus die 50 auch unsere Zustandsdauer nicht übertrieben übercappt. Und dafür haben wir aber 30 Zustandsschaden mehr, dadurch, dass wir das Bufffood gewechselt haben. Das Blöde an dem Bufffood ist, da kommt man natürlich schlecht ran, weil man das selber craften muss mit einem Koch und man braucht dafür Items aus den sandgepeitschten Inseln, aus der Living Story Staffel 4. Das heißt, es ist ziemlich blöd daran zu kommen, weil man es auch nicht selber kaufen kann im Handelsposten. Man muss es selber craften. Wer das nicht will, der könnte auch noch alternativ sein Rückenteil ebenfalls finster machen. Und wir haben ja jetzt sowieso schon unser Kopfteil in finster, jetzt zusätzlich auch noch das Rückenteil in finster. Und dann seht ihr, dann verlieren wir wieder fast 2 Prozent und dann könnt ihr auch wieder selten eine Gemüsepizza reinnehmen. Dann übercappt ihr zwar um 0,26 Prozent, weil ihr jetzt ja auf 48,26 seid, aber ihr holt so ziemlich ein bisschen wieder was rein. Das ist wie gesagt nicht ganz so gut wie die Variante mit Viperrücken und dem Rinderrindang. Aber wenn ihr dieses Rinderrindang wirklich gar nicht haben wollt, weil euch das voll ankotzt, das selber craften zu müssen, dann nehmt halt auch den Rücken in finster und nehmt dafür wieder selten eine Gemüsepizza, die man einfach im Aha kaufen kann. Das wäre die andere Alternative. Naja, so, das ist eigentlich das Gear davon. Ihr seht auch nicht, ja, im Prinzip haben beide Varianten, haben Vor- als auch Nachteile, was das Gear angeht. Müsst ihr euch also selber entscheiden, was der für euch angenehmer ist und welches Bild da für euch besser ist. Aber ja, das erstmal dazu. Von daher sind wir jetzt mit dem Gear fertig und darum würde ich sagen, gehen wir mal schnell zu den Trades. So, ich habe wieder zurückgeskillt auf das normale Kurzburgendolch-Fackel-Set, also auch mit der befallenen Rune. Das ist mir übrigens aufgefallen, ich hatte euch Quatsch erzählt. Dass man hier 20% mehr Blutungsdauer hat als normale Zustandsdauer, liegt natürlich nur an der Rune. Also man hat hier plus 20% Blutungsdauer. Ich hatte irgendwie im Kopf, dass es plus 10% Gift und auch nochmal 10% Blutung war, aber es waren 20% Blutung. Darum kommen hier die 10% nochmal mehr her, die man mehr als Gift hat, beziehungsweise 20% als normale Zustandsdauer. Und durch Trades kommt halt gar nichts. Das wollte ich ja eigentlich sagen, dass der Condi-Soulbeast durch Trades nichts wirklich richtig Gutes hat, um seine Zustandsdauern zu pushen wie andere Klassen. Darum wäre es ja auch Quatsch, dass ich gesagt habe, da kommt noch was durch Trades. Naja, nur das um nochmal klarzustellen, dass ihr euch nicht wundert. Kommen wir aber mal zu den Trades. Also wir fangen mit dem Kurzbogen-Dolch-Fackel-Set an, haben hier einmal Gefechtsbeherrschung, Überleben in der Wildnis und natürlich Seelenwandler, also Soulbeast. Fangen wir oben an mit Gefechtsbeherrschung. Da haben wir einmal Rückenwind, erhaltet Eile beim Waffenwechsel in Kampf. Okay, wir werden eigentlich auf Cooldown unsere Waffen wechseln, das heißt wir werden auch immer Eile kriegen. Haben damit im Prinzip Permaeile, denn ihr seht, es gibt 9 Sekunden Eile und hat 9 Sekunden intern Cooldown. Das heißt, wir haben im Prinzip immer Eile, was natürlich nicht schlecht ist für einige Kämpfe, weil bei einigen Raidkämpfen muss man sich natürlich auch hin und wieder mal ein bisschen bewegen. Dann haben wir Gewetzte schneiden. Ihr und euer Tiergefährte habt eine Chance mit kritischen Treffern Blutung zu verursachen. Wieder eine Quelle, wo wir Blutung herkriegen können. Kein interner Cooldown, 33% Chance, das heißt jeder dritte Treffer ungefähr, wenn wir kritten, ihr seht, unsere Krit-Chance ist nicht mega hoch leider, aber wenn wir kritten, ist ungefähr jeder dritte Krit ist, macht auch zusätzlich Blutung, was natürlich nicht verkehrt ist. Bringt aber natürlich bei so einer niedrigen Krit-Chance auch ein bisschen RNG in die Rotation mit rein, da wir nicht zu 100% darauf vertrauen können, dass es auch wirklich oft und regelmäßig auslöst. Naja, trotzdem besser als nix. Dann haben wir zorniger Griff erhaltet. Wut beim Waffenwechsel im Kampf auch nicht schlecht. Auch hier eine ziemlich gute Wutquelle für uns selbst. Wir haben schon gelernt, Waffen wechseln werden wir auf Cooldown. Auch hier interner Cooldown 9 Sekunden. Allerdings Wut gibt es nur für 5 Sekunden. Trotzdem, wenn die dann vielleicht mal in einem Raidkampf von unserem Team, zum Beispiel von dem Chrono, verlängert wird, werden wir damit schon 100% Wutabtime hinkriegen. Aber Wut sollte sowieso auch durch andere Klassen abgedeckt werden. Dann haben wir versteckte Stacheln. Von euch verursachte Blutung ist gefährlicher und zwar um 33%. Das hier ist keine Dauererhöhung, sondern eine Damageerhöhung. Das heißt 33% stärkere Blutungen haben wir auch hier wieder. Wir buffen unsere Blutungen. Dann haben wir Taktik des Jägers. Ihr habt eine erhöhte Chance auf kritische Treffer, während ihr von hinten oder von der Seite angreift. 10% Krit-Chance-Erhöhung. Wir haben schon gelernt, wir wollen möglichst oft kritten hier deswegen, wegen diesem Trade. Das heißt, wenn wir jetzt nochmal eine Krit-Chance-Verbesserung um 10% kriegen, ist das natürlich nicht verkehrt. Weil dann sind wir auf ungefähr 50%. Dann kommt noch Wut dazu, dann sind wir auf 70%. Dann kommen noch Banner dazu und vielleicht auch noch Speer, falls wir einen Droiden in der Gruppe haben. Dann sind wir relativ hoch, schon bei 80% oder irgendwie sowas, so in dem Dreh. Das ist dann schon mal nicht verkehrt. Wir sollten natürlich auch darauf achten, dass wir dann möglichst mal von hinten oder von der Seite angreifen. Selbst als Condi-Soul-Biest. Und dann haben wir noch Schnellziehen. Beim Waffenwechsel wird die nächste Waldläufer-Waffenfertigkeit, die ihr benutzt, schneller wieder aufgeladen. Und zwar um 66%. Das ist ziemlich cool. Das heißt, immer wenn wir die Waffe im Kampf wechseln, wird die nächste Fertigkeit, die wir benutzen, fast sofort wieder aufgeladen. So dass wir die zweimal schnell hintereinander benutzen können. Das wird auf dem Kurzbogen meistens unsere Giftsalve sein, die wir verdoppeln. Die hat sowieso nur einen 8-Sekunden-internen Cooldown. Das heißt, die kommt so oder so schnell wieder. Durch diesen Trade natürlich noch schneller. Und auf dem Dolch-Fackel-Set werden wir da mit Scheiterhaufen verdoppeln. Denn der hat mit 20 Sekunden ziemlich hohen Cooldown. Und so kriegen wir den, weil wir ja auf Cooldown Waffen wechseln wollen. Und Cooldown von Waffenwechsel ist nun mal ungefähr 9 bis 10 Sekunden. Kriegen wir den sowieso, würden wir den nur ein einziges Mal in die Rotation reinkriegen. Pro jedes Mal auf Dolch-Fackel-Set sein. Und durch diesen Trade hier, durch Schnellziehen, dass der Cooldown schneller wiederkommt, können wir halt Scheiterhaufen zweimal benutzen. Was wirklich sehr starkes Brennen macht. Ihr seht das da, 9 Stacks brennen, 17.600 Schaden. Das ist nicht verkehrt. Naja, dann haben wir Überleben in der Wildnis. In natürliche Lebenskraft, ihr erhaltet schneller Ausdauer wieder zurück. Okay, ist halt so, können wir öfter dodgen. Dann haben wir Vorliebe für Gefahr. Ihr erhaltet erhöhte Vitalität. Ihr und euer Tiergefährte erhaltet Fachkenntnis, die auf der Vitalität basiert. Gut, das ist jetzt nicht viel, weil Vitalität gut. Und Vitalität haben wir 1120. Wir haben ja in unserem Gear, haben wir ja nichts drin, was unsere Vitalität erhöht. Das heißt, wir haben eigentlich nur die standardmäßigen 1000. Durch diesen Trade kommen jetzt noch 120 dazu. Und dann werden nochmal 7% davon in Fachkenntnis umgesetzt. Aber das ist ja schon hier in unseren Rechnungen mit der Fachkenntnis, mit der Zustandsdauer, ist das alles schon mit drin. Dann haben wir Verteidigung des Gefährten. Ihr und euer Tiergefährte erhaltet Schutz. Wenn ihr eine Ausweichrolle macht, auch nicht verkehrt. Wenn wir ausweichen, das ist auch kein interner Cooldown, geht auch nur im Kampf. Gibt zwar nur 2 Sekunden Schutz, aber ich meine, meistens weichen wir ja nur aus, wenn eine dicke Attacke kommt. Und wenn wir den Dodge verkacken und die Attacke doch trotzdem fressen, haben wir wenigstens Schutz gehabt dafür. Also nicht verkehrt. Dann haben wir Beidhändigkeit. Erhaltet Zustandsschaden. Erhaltet zusätzlichen Zustandsschaden, wenn ihr eine Fackel oder ein Dolch führt. Fackel und Dolchfertigkeiten werden schneller wieder aufgeladen. Im Prinzip jeder einzelne Effekt hiervon bringt uns irgendwas. Denn erstmal gibt dieser Trade 120 Zustandsschaden. Und das immer. Egal welche Waffe wir drin haben, egal welches Set, egal wann und wie und wo wir sind. Wir haben immer 120 Zustandsschaden. Selbst wenn wir auf dem Kurzbogenset sind. Sind wir allerdings auf dem Dolch-Fackel-Set, gibt es nochmal zusätzlich extra 120 Zustandsschaden. Zwar nur so lange wir auf diesem Set sind, aber trotzdem. Ist natürlich nicht verkehrt, das einfach so verdoppelt zu kriegen. Und dann sogar auch noch Dolch- und Fackelfertigkeiten werden schneller wieder aufgeladen. Und wir benutzen ja hier ausgerechnet Dolch und Fackel. Also genau diese beiden Waffen, die wir ja auch drin haben, werden hier durch diesen Trade auch noch weiter gebufft. Was natürlich eine coole Sache ist. Ihr könnt euch aber auch schon vorstellen, dass das eventuell ein Trade ist, den man auf dem Kurzbogen-Kurzbogenset nicht so wirklich gut nutzen kann. Das werden wir aber gleich noch sehen. Dann haben wir Robuster Wuch. Solange ihr unter dem Einfluss von Schutz steht, regeneriert ihr und euer Tiergefährte Lebenspunkte. Auch nicht schlecht. Bringt zwar nicht viel, gut. Wir kriegen hier Schutz selber. Und jetzt regenerieren wir noch ein bisschen Lebenspunkte. Klar, nehmen wir mit. Sterben wir nicht so schnell. Und dann haben wir noch Giftmeister. Beim Einsatz einer Bestienfertigkeit fügt der nächste Angriff eures Tiergefährten Gift zu. Euer Giftschaden ist erhöht. Auch hier wieder eine Schadenserhöhung, keine Dauererhöhung. Ihr seht schon, der Soulbeast hat anders als andere Klassen nicht die Dauererhöhungs-Trades, sondern die Schadenserhöhungs-Trades. Weswegen wir halt dieses ganze komische mit der Zustandsdauer, mit dieser vielen Zustandsdauer machen müssen. Und das bei anderen Klassen halt nicht haben. Naja, beim Einsatz einer Bestienfertigkeit. Bestienfertigkeiten sind im Prinzip hier das F3, wenn wir mit unserem Pad verschmolzen sind. Zählt der F2, also die ganz normale Bestienfertigkeit, zählt als Bestienfertigkeit. Ja, toller Satz. Wenn wir aber verschmolzen sind, ist das halt jeweils der F3. Das heißt, auch wenn wir verschmolzen sind, können wir diese Bestienfertigkeit einsetzen. Und damit macht unser nächster Angriff dann halt Gift zusätzlich. Das heißt, das funktioniert auch, wenn man verschmolzen ist. Man muss da nicht außerhalb des Tiergefährten sein. So, dann haben wir als letztes noch Seelenwandler. Vertieftes Band. Ihr erhaltet Zugriff auf Haltungen. Das Überleben in der Wüste hat eure Verbindung mit eurem Tiergefährten verbessert und euch die Fertigkeit gewährt, im Bestienmodus mit ihm zu verschmelzen. Klar, durch Soulbeast können wir natürlich überhaupt erstmal mit unserem Tier verschmelzen. Das kann ein Druid oder ein Korr, weil die kann es ja nicht. Und wir können Haltungen benutzen. Und wie ihr seht, haben wir hier auch sogar zwei Haltungen drin, die sogar ziemlich gut sind, die wir auch nutzen werden. Dann haben wir erlebt, schnell der Einsatz einer Bestienfertigkeit gewährt euch Angriffssägen. Auch das ist nicht verkehrt. Das heißt, selbst wenn wir mal nicht vom Team unterstützt werden, wo wir Quickness herkriegen, wenn wir unseren F3 benutzen, unsere Bestienfertigkeit, dann gibt es halt Quickness für ein paar Sekunden. Ist zwar nicht viel nur für drei Sekunden, aber trotzdem besser als alles andere, was hier noch zur Auswahl stehen würde. Von daher nehmen wir es mit. Außerdem auch hier nochmal eine Wutquelle, also auch für Solo geeignet. Und halt generell auch im Teamplay, wenn die Boon-Uptime vielleicht nicht ganz so gut mal ist. Oder wenn man mal durch Split-Phasen, dass einem da mal Boons auslaufen oder so, kriegt man hier ein bisschen wieder. Dann haben wir Furiosa Stärke. Ihr verursacht mehr Schaden, während ihr Wut habt. 7% Damage-Modifier. Natürlich nur für Power-Schaden bringt uns auf Kondi also nicht ganz so viel, aber trotzdem mehr Schaden nehmen wir immer mit, in jedem Fall. Dann haben wir Gerissenheit des Raubtiers. Ihr entzieht eurem Gegner einige Lebenspunkte, wenn ihr ihn vergiftet. Das heißt, hier macht man ein bisschen zusätzlich Schaden, wenn man Gift macht. Und man kriegt auch noch ein paar Lebenspunkte wieder zurück. Das heißt, man heilt sich auch noch ein bisschen zusätzlich, was eine coole Sache ist. Gerade für Teamplay ist das hier der Trade, den man nutzen sollte. Wenn man jetzt nicht auf sein Team vertrauen kann, dass die Boons wirklich richtig gut sind, oder dass man Solo unterwegs ist, oder man ist Solo unterwegs, dann könnte man auch das hier nehmen. Essenz der Geschwindigkeit. Wenn ihr Schnelligkeit erhaltet, erhöht sich die Dauer anderer Sägen, die auf euch wirken, um 2 Sekunden. Hat einen 5 Sekunden internen Cooldown. Und wie gesagt, jedes Mal, wenn wir Schnelligkeit bekommen, das können wir zum Beispiel hier durch Urgebrüll machen, dann erhöht sich die Dauer der anderen Sägen um 2 Sekunden. Zwar nicht die Schnelligkeit selbst, die wir uns selber gegeben haben, aber alle Sägen, die wir zu dem Zeitpunkt hatten, werden hier nochmal um 2 Sekunden verlängert. Das ist halt wirklich gut, wenn Boon-Up-Times generell im Team nicht gut sind, und ihr kriegt aus irgendeiner Quelle dann doch mal vom Chrono die Schnelligkeit ab, dann werden noch alle anderen Sägen verlängert. Nur im Hinterkopf haben, dass es diesen Trade gibt. Dann haben wir noch doppelt so scheußlich, einen Gegner kampfunfähig zu machen, erhöht für kurze Zeit euren Schaden und Zustandsschaden. Auch nicht schlecht, das heißt, wenn wir mal zu 10 müssen, und das können wir beispielsweise mit dem Kurzbogen 5, dann können wir hier auch nochmal unseren Schaden und Zustandsschaden für ein paar Sekunden erhöhen, was natürlich nicht verkehrt ist. Und dann haben wir als letztes noch Leitwolf-Haltung, Fertigkeiten wirken auf euch selbst für längere Zeit und gewähren ihre Effekte nahen Verbündeten für eine verringerte Dauer. Und ihr seht, wir haben ja hier zwei Haltungen dabei. Einmal die Geierhaltung, die uns Macht gibt und aber auch Vergiften auf den Gegner macht, und auch das Rudel aus einem Wolf, was dafür sorgt, dass wir und unser Team noch jeweils, immer wenn wir angreifen, ein zusätzlicher Schlag ausgeführt wird, also sozusagen ein zusätzlicher Damage-Tick auf den Gegner kommt. Jetzt nicht genau von der Attacke, die wir gemacht haben, sondern einfach so ein genereller, allgemeiner Schadenstick, der pro Attacke da zusätzlich einfach hinkommt. Aber trotzdem ist das nicht verkehrt. Bei den Power-Soul-Beasts gab es noch diesen Trade hier als Alternative. Fügt Gegnern, die weniger Lebenspunkte haben, als ihr erhöhten Schaden zu. Zustände, mit denen ihr belegt seid, die weniger Lebenspunkte haben, als ihr... Nee, Zustände, mit denen ihr Gegner belegt, die weniger Lebenspunkte haben, als ihr dauern länger an. Das hier ist natürlich auch nicht verkehrt, diesen Trade hier zu haben, weil man dann auch nochmal eine Zustandsdauererhöhung kriegt und auch mehr Damage macht. Die Sache ist, dein Team nochmal buffen zu können mit diesen verschiedenen Haltungen und vor allem ist auch die Geierhaltung, die ja Gift auf den Gegner macht und sowas, dass die dann auch nochmal länger an ist, das ist halt ziemlich gut. Von daher, ja, bei Power kann man sich das wirklich überlegen, weil ich meine, hier ist ein 10% Damage-Modifier für physische Attacken dabei. Das ist nicht verkehrt, da kann man sich das überlegen, das reinzumachen und so ein bisschen auf den Teamsupport da halt zu ignorieren, vor allem, wenn man solo unterwegs ist oder nur mit 5 Mann in Fraktalen oder so. Allerdings für den Condi ist das mit Lightwolf hier echt schon nicht schlecht. So, damit haben wir das durch. Wir gucken jetzt nochmal schnell, was wir anpassen müssen, wenn wir die Kurzbogen-Kurzbogen-Variante spielen. Die Trades für diese Variante zu wechseln, ist zum Glück nicht so schwer, da man eigentlich nur zwei Trades wechseln muss und alles andere kann komplett gleich bleiben. Einmal haben wir hier Schnellziehen, das wechseln wir zu schnell und unerbitterlich. Euer Schaden und eure Zustandsdauer sind nach dem Ausweichen erhöht. Kurzbogenfertigkeiten durchbohren und erhalten eine verringerte Wiederaufladezeit. Ihre Angriffe von hinten und von der Seite werden verbessert. Das heißt, hier gibt es wirklich viele Infos drin in diesem Trade, die man sich erstmal irgendwie so ein bisschen klar machen muss. Also erstmal, das mit dem Schnellziehen bringt halt nicht mehr so viel, da wir sowieso nur mit Kurzbögen spielen. Das heißt, wir haben sowieso keine Skills, die wirklich auf einem langen Cooldown sind, die wir mit Schnellziehen verringern wollen. Auf dem anderen Set, ich kann ja hier nochmal auf Dolchfackel gehen, da hatten wir den Scheiterhaufen, der mit 20 Sekunden sehr hohen Cooldown hatte, den wir nur mit Schnellziehen zweimal in die Rotation auf dem Dolchfackel-Set reinkriegen würden. Wenn wir Kurzbogen-Kurzbogen spielen, haben wir das eigentlich nicht. Da kriegen wir so oder so die Giftsalve mehrmals rein. Da bringt das nicht so viel, Schnellziehen zu haben. Und hier haben wir halt generelle kürzere Fertigkeiten auf dem Kurzbogen. Das heißt, beide Waffensets werden hier gebufft, indem wir kürzere Cooldown auf Giftsalve und auch auf verkrüppelnden Schuss haben und auch sogar auch auf Erschütterungsschuss. Ist natürlich nicht schlecht. Erschütterungsschuss macht nämlich nicht nur Schaden, sondern auch Verwundbarkeit und betäubt halt auch ein Ziel. Und wir haben schon gelernt, es bringt was, den Gegner auch zu betäuben durch unsere Trades. Außerdem durchbohren Kurzbogen-Fertigkeiten jetzt auch noch. Das heißt, wir haben auch noch ein bisschen mehr Cleave insgesamt. Das heißt, auch wenn Ätster sind, können wir noch Gegner ein bisschen besser wegcleaveen. Denn eigentlich ist der Kurzbogen eher eine Single-Target-Waffe, während die Fackel hier sonst unseren AOE-Cleave macht. Aber wir haben ja in dem Set keine Fackel dabei. Das heißt, durchbohrende Kurzbogen-Fertigkeiten sind nicht schlecht. Und wir machen noch mal ein bisschen mehr Schaden, während wir von hinten oder von der Seite angreifen. Und jetzt auch noch Schaden und Zustandsdauer sind nach dem Ausweichen erhöht. Und hier kann ich euch schon mal erleichtern, wir müssen das nicht wirklich richtig in unsere Rotation einbauen. Also es reicht auch, wenn ihr vielleicht am Anfang des Kampfes mal ausweicht, um diesen Trade zu stacken. Selbst wenn man zweimal ausweicht, stackt das auch doppelt so weit hoch. Also acht Sekunden statt vier Sekunden. Und ich meine, während des Raid-Kampfes müsst ihr hin und wieder so oder so mal ausweichen. Und dann kriegt ihr das halt einfach zusätzlich als Bonus dazu. Aber eigentlich braucht ihr das nicht. Das heißt, wenn wir die Rotation üben, können wir außer am Anfang des Kampfes eigentlich größtenteils einfach stumpf stehen bleiben und müssen da nicht groß drauf achten und nutzen hauptsächlich die anderen Effekte, die in diesem Trade hier mit drin sind. Und die zweite Änderung ist hier, dass wir von Beidhändigkeit auf raffinierte Toxine wechseln. Auch das hatte ich schon angesprochen. Hier sind hauptsächlich Buffs für das Fackel-Dolch-Set drin. Klar, man würde hier 120 Zustandsschaden kriegen, aber mehr würde dieser Trade hier nicht bringen, weil alles andere halt haben wir einfach nicht, weil wir keinen Dolch und keinen Fackl haben. Dafür gibt es die Alternative, raffinierte Toxine. Während ihr euch oberhalb der Lebenspunkteschwelle befindet, das ist hier 75%, fügen eure Treffer Vergiftung zu. Während sich euer Tiergefährte oberhalb der Lebenspunkteschwelle befindet, fügen seine Treffer Vergiftung zu. Wir sind hier natürlich wieder verbunden, hat allerdings einen internen Cooldown von 5 Sekunden. Trotzdem machen wir hier einfach zusätzlich Gift. Solange wir über der Lebenspunkteschwelle sind, hört sich jetzt auch gar nicht so mega toll an, dieser Trade, aber ist wie gesagt auch nur die Alternative zu diesem Beidhändigkeit-Trade, der eigentlich richtig, richtig gut ist. Aber da wir nun mal keinen Dolch und keinen Fackl haben, bringt der uns so gut wie nichts. Und dann nehmen wir halt einfach das Nächste, was da ist, was wenigstens ein bisschen was bringt. Hier machen wir noch ein bisschen mehr Gift zusätzlich. Und das war es dann eigentlich auch schon mit den Trades. Alles andere bleibt gleich. Auch die Utility-Skills und sowas, alles bleiben gleich. Wie gesagt, ihr müsst nur das Food und das Gier dann wechseln und halt diese beiden Trades dazu. Naja, apropos Food. Wir hatten das im Prinzip schon gesehen. Auf dem normalen Kurzbogen- und Axt-Fackel-Set nehmen wir halt das seltene Gemüsepizza, die ich auch hier unten drin habe. Die gibt 100 Fachkenntnis, 70 Zustandsschaden. Und bei dem Kurzbogen-Kurzbogen-Set ist es halt genau umgedreht. Da wollen wir 100 Zustandsschaden und 70 Fachkenntnis mit diesem Rinderrindern. Auch das hatte ich ja schon angesprochen. Und als Utility-Food jeweils einfach die toxischen Fokussierkristalle, die uns Zustandsschaden basierend auf Kraft und Präzision geben, was wir ja auch durch unser Gier beides haben. Denn in Viper und auch in Finster ist natürlich überall jeweils auch Kraft und Präzision drin. Das heißt, auch hier haben wir relativ hohe Werte, sodass wir auch ziemlich viel Zustandsschaden darin umgewandelt kriegen. Ist natürlich nicht verkehrt. So, das dazu. Kommen wir als nächstes zu den Utility-Skills. Die sind zum Glück für beide Sets genau gleich. Das heißt, wir haben einmal als Heil-Skill. Könnt ihr euch selber entscheiden, was euch da am liebsten ist. Ich nehme ganz gern, dass wir heilen wie ein Wesen. Weil da kann man einfach, wenn man mit seinem Pad verschmolzen ist, seine eigenen Segen einfach verlängern. Weil normalerweise werden ja die Sägen, die man selber hat, auf den Tiergefährten kopiert und die vom Tiergefährten auf einen selber kopiert. Und wenn man verschmolzen ist, dann werden halt einfach die eigenen Sägen sozusagen verdoppelt. Zwar mit einem festen Wert, zum Beispiel Schnelligkeit, kriegt man nur zwei Sekunden und nicht, wenn man 30 Sekunden hat, wird es auf 60 Sekunden verlängert. Ist jetzt natürlich nicht so mega gut, aber man kann halt einfach ein bisschen seine Boons auch verlängern. Und es heilt auch nicht schlecht. Trotzdem gibt es natürlich noch Alternativen, wie zum Beispiel Heilquelle, gerade bei Bossen, wo viele Zustände unterwegs sind, um die von sich selbst und dem Team wegzunehmen. Zum Beispiel Volterion wäre da so ein Beispiel. Oder aber auch Matthias. Das sind so typische Bosse, wo man oft von Zuständen einfach überwältigt wird und deswegen wiped. Und da ist so eine Heilquelle nicht schlecht. Auch Wassergeist könnte was bringen, wenn beispielsweise euer Droide, der dabei ist, wenn der kein Wassergeist nehmen will, dann könntet ihr natürlich einfach einen Wassergeist nehmen. Dann gibt es generell einfach eine Heilquelle für alle 10 Leute zusätzlich, die ihr einfach mit dabei habt. Das ist natürlich auch eine coole Sache. Müsst ihr aber natürlich mit eurem Droiden absprechen, ob der einen Wassergeist mit hat oder nicht. Dann haben wir Wetzstein, fügt Gegnern mit euren nächsten paar Angriffen Blutung zu. Das heißt, das kann man einfach so aktivieren und hat auch keine Cast-Zeit, wie ihr seht. Das heißt, ihr könnt es auch einfach so mittendrin in der Rotation einfach auf Cooldown anmachen und die nächsten 10 Angriffe von euch fügen dann Blutungen zu, was natürlich eine geile Sache ist. Also wieder eine Blutungsquelle mehr. Dann haben wir Vipernest, stellt eine Falle auf, die Gegnern beim Auslösen vergiftet. Auch hier, die macht ganz guten Schaden und macht auch noch über mehrere Pulse hinweg mehrere Stacks Gift, die ziemlich viel Schaden macht. Hat auch nur ein 20 Sekunden Cooldown, was eine coole Sache ist. Dann haben wir Geierhaltung. Solange ihr diese Haltung einnehmt, fügen eure Treffer einem Gegner Gift zu und gewähren euch Macht. Das heißt, wir kriegen hier auch in einem 1,25 Sekunden Intervall, solange wir so schnell angreifen, kriegen wir hier Macht und machen auch noch Vergiftung auf den Gegner drauf für 9 Sekunden. Und dadurch, dass wir den Lightwolf-Trade haben, kriegen unsere Verbündeten natürlich auch noch jeweils den Effekt von Geierhaltung. Ist eine coole Sache. Trotzdem ist das hier so dieser typische Utility-Skill, dass wenn ihr mal was anderes mitnehmen müsst, situationsbedingt, dann wechselt ihr den hier aus. Also es kann mal sein, dass zum Beispiel euer Druide sagt, ey cool, wir haben ja einen Soulbeast dabei, dann kannst du ja einen Geist mitnehmen, dann kann ich irgendwas anderes mitnehmen. Zum Beispiel, der sagt, ey, ich hab schon Frostgeist, Steingeist und Sturmgeist dabei, kannst du vielleicht den Sonnengeist reinnehmen. Dann könnt ihr das natürlich machen, das heißt, ihr könnt hier auch euren Druiden mit Geistern aushelfen, auch wenn der vielleicht irgendwas anderes Wichtiges mitnehmen muss und deswegen keinen Frostgeist mitnehmen kann, also dann könnt ihr das machen. Also ihr könnt auch ruhig mal einen Geist mitnehmen, falls das der Druide nicht mehr kann, dann nehmt ihr dafür die Geierhaltung raus und dafür den Geist mit rein. Und dann haben wir natürlich noch Rudel aus einem Wolf, das hatte ich schon erklärt, Macht halt für euch und dann natürlich durch die Leitwolf-Fähigkeit auch noch auf euer Team, jeweils, dass eure Angriffe einen zusätzlichen Treffer auf den Gegner machen. Das natürlich keine schlechte Sache ist. Naja, das zu den Utilities, auch da muss man, wie gesagt, kaum was wechseln, außer, wie gesagt, falls ihr mal einen Geist mitnehmen sollt, das geht sowohl als einzelnen Geist von den normalen Utility-Geistern als auch natürlich den Heilgeist, den man da eventuell mitnehmen kann. Naja, das zu den Utilities. Jetzt gibt es aber bei dem Druiden beziehungsweise beim Soulbis natürlich noch eine zusätzliche Sache, die ich noch nicht angesprochen habe, die bei anderen Klassen nicht ist, nämlich, welches Pad nehme ich mit? Auch hier gibt es verschiedene Varianten. Standardmäßig braucht ihr auf jeden Fall den Schneelux. Das ist der hier. Mit dem werdet ihr hauptsächlich in den meisten Fällen verschmelzen, denn der selbst macht auch noch Blutungen. Ich kann ja mal mit dem verschmelzen und dann seht ihr, dann haben wir hier Zermalmen, das macht Blutungen und dann haben wir hier auch noch Urgebrüll, das macht auch Blutungen. Also die Zustände, also die F1 seht ihr, macht nichts, darum lassen wir es auch weg in der Rotation, in der normalen, zumindest, ja, hauptsächlich konzentrieren wir uns halt auf die beiden, F2 und F3, auf die Blutungen davon. Das heißt, der macht natürlich Sinn, in einem Bild mitzunehmen, wo man sowieso fast nur Blutungen macht. Also bei dem Kurzbogen-Kurzbogen-Set. Da werdet ihr auf jeden Fall immer mit dem Schneelux spielen. Da gibt es eigentlich nichts dran zu rütteln. Da müsst ihr nicht überlegen, welches Pad nehme ich jetzt für welche Situation mit. Wenn ihr das Kurzbogen-Kurzbogen-Set spielt, wo ihr eh im Prinzip nur Blutung und ein bisschen Gift macht, nehmt ihr auch auf jeden Fall den Schneelux und verbindet euch mit dem und uns dann nur F2 und F3. In dem anderen Set, was ich jetzt gerade drin habe, mit Kurzbogen und Dolchfackel, sieht das ein bisschen anders aus. Da ist natürlich auch erstmal in der normalen Standardvariante der Schneelux einfach am besten, weil der gibt uns hier diesen Buff tödlich. Durch die Verbindung mit einem tödlichen Tiergefährten hat sich eure Zustandsschaden und eure Präzision verbessert. Das heißt auch alles, was wir im Prinzip wollen. Zustandsschaden ist natürlich in dem Conny-Bild nicht verkehrt. Logisch und Präzision auch nicht. Da wir ja wissen, ein bisschen Kritten ist nicht verkehrt. Das heißt, wir haben erstmal einen tödlichen Tiergefährten und der halt auch noch selber viele Zustände macht. Das heißt auch, der ist im Standard, in der Standardvariante natürlich am besten. Trotzdem gibt es für diese Variante mit Kurzbogen und Dolchfackel gibt es noch eine Alternative. Denn das Besondere an diesem Bild hier war ja, dass unsere generelle Zustandsdauer sehr, sehr hoch war. Höher als bei allen anderen Klassen mit 80 Prozent. Das hat fast keine andere Klasse. Das heißt, wir können auch ruhig noch ein paar mehr Zustände insgesamt in unserem Bild benutzen, die dann auch wirklich was bringen. Und das haben wir ja sowieso schon mit der Fackel in der Nebenhand. Da haben wir ja auch noch Brennen drin und sowas. Jetzt können wir allerdings noch einen weiteren Zustand pushen und das ist Konfusion. Dafür würden wir einen Iboga reinnehmen. Wenn wir uns dann nämlich mit dem verschmelzen, das kann ich auch gleich mal machen, so, verschmolzen, dann seht ihr, dann kriegen wir hier noch zusätzlich natürlich auch hier wieder Urgebrüll, weil es ist auch wieder ein tödlicher Tiergefährte, klar, der soll uns ja die gleichen Boni geben wie auch schon der Schneelux. Allerdings haben wir hier auch noch mit F1 und F2 jeweils eine Quelle, die Konfusion macht. Und zwar drei Konfusionen und sechs Konfusionen. Das sind insgesamt neun Konfusionen, was ziemlich viel ist. Das heißt, wir haben noch einen weiteren Zustand, der auf dem Gegner tickt. Und das hier solltet ihr nehmen, wenn ihr einen Kondiboss, also einen Boss bekämpft, wer ein typischer Kondiboss ist, der sehr schnell angreift. Konfusionen bringt natürlich mehr, wenn der Gegner auch wirklich angreift. Das heißt, bei der Benutzung einer Fertigkeit macht Konfusionen mehr Schaden, als wenn er nichts, als wenn es einfach nur so tickt von sich aus wie eine Blutung. Und wenn man jetzt einen Boss hat, der sehr, sehr schnell angreift, wie zum Beispiel die Lagos-Zwillinge aus Wing 6 oder aber der seelenlose Schrecken oder Kern oder sowas. Das sind alles so Bosse, wo die Kondimirages richtig gut sind. Das habt ihr ja bestimmt schon, wenn ihr euch ein bisschen mit der Raid-Szene auskennt. Wisst ihr, dass bei einigen Bossen der Kondimirage richtig, richtig stark ist. Und das liegt hauptsächlich daran, dass der so viel Konfusion macht. Und diese speziellen Bosse, wo der Kondimirage so stark ist, dass die sehr schnell angreifen, schneller als andere Bosse. Und deswegen natürlich die Konfusion auch sehr viel öfter und stärker tickt. Und wir können jetzt hier als Kondi-Soulbeast, können wir uns an so einen Kampf ebenfalls zusätzlich anpassen, indem wir nicht den Schneelux, sondern den Iboga nehmen. Und deswegen zusätzlich auch noch zu unserem normalen, ja, unserer normalen Rotation, unseren normalen Damage, den wir so machen, auch noch Konfusion mit einbringen, die dann natürlich auf diesen speziellen Bossen auch besonders stark tickt, wodurch wir unseren Damage erhöhen können. Das heißt, das sollte man im Hinterkopf haben. Auf dem Kurzbogen-Kurzbogen-Set bringt das natürlich wieder nicht so viel, weil da war unsere generelle Zustandsdauer ja nur 50%. Hier, wo wir E80 haben, hält die Konfusion natürlich auch richtig schön lange. Ihr seht das hier, die ist hier bei dem F2, die ist die 14,5 Sekunden an, was eine coole Sache ist. Das heißt, hier bringt die wirklich richtig was. Also ihr müsst euch selber entscheiden, erstmal was für ein Bild spiele ich und dann, wenn ihr euch für ein Bild entschieden habt, vor allem dann halt bei diesem Kurzbogen-Dolch-Fackel-Set, müsst ihr euch entscheiden, gegen was für einen Boss kämpfe ich gerade und ist es jetzt besser, mich mit dem Schneelux zu verbinden oder ist es besser, mich mit dem Iboga zu verbinden. Das coole ist, auf der Lucky Noob-Seite von uns, von unserer Gilde, da gibt es auch Boss-Guides für die einzelnen Klassen und wenn ihr da bei den Boss-Guides unter Condi-Soul-Beast guckt, da findet ihr für jeden Boss, wo man den Condi-Soul-Beast ganz gut spielen kann, findet ihr genau aufgelistet, welches Bild da besonders stark ist und auch welcher Tiergefährte da besonders stark ist. Das heißt, da kriegt ihr wirklich aufgelistet, bei welchem Boss ihr den Schneelux spielen sollt und bei welchem Boss ihr den Iboga spielen sollt. Das heißt, ihr müsst da nicht mal wirklich selbst überlegen, natürlich könnt ihr das, aber ihr könnt auch einfach auf der Lucky Noob-Seite gucken, was da besser ist. Und jetzt gibt es sogar noch eine zusätzliche Sache und zwar gibt es eine, bei dem Iboga, eine sogenannte Unmerge-Rotation. Die Sache ist, der Iboga selbst, der macht auch von sich aus noch ein paar Konfusionen, wie ihr hier seht. Das heißt, man kann einmal diese Skills hier, verkrüppelnde Qual und betäubende Sporen, kann man einmal, wenn man mit ihm verbunden ist, kann man die benutzen. Allerdings, wenn er für sich alleine kämpft, kann er diese Skills auch nochmal, wie ihr seht. Das heißt, auch er kann verkrüppelnde Qual und betäubende Sporen. Jetzt gibt es eine Rotation, wo man noch mehr Konfusionen rauskriegt, bei diesen speziellen Konfusionsbossen, indem man zwischen mit im Bestien-Modus verbunden sein und nicht verbunden sein hin und her wechselt. Das heißt, man lässt zwischendurch, immer wenn die Skills auf Cooldown sind, lässt man zwischendurch den Iboga wieder raus, hofft, dass er seine Skills von sich aus macht, die Konfusion machen, und geht dann später wieder rein und benutzt wieder die Skills, die man selber benutzen kann. Dadurch kriegt man insgesamt noch mehr Konfusionen auf den Gegner, wodurch das noch mehr tickt. Das ist die sogenannte Unmerge-Rotation. Also ihr seht schon, es gibt wirklich richtig viel. Auch was es an verschiedenen Rotations gibt. Wir werden uns heute natürlich nicht jede einzelne Rotation angucken. Ich werde euch heute die zwei Grund-Rotations zeigen, die man auf jeden Fall drauf haben sollte. und alles andere ist dann nur noch leicht anpassen. Aber alle Rotations als Video findet ihr auch auf der Lucky Noob-Seite. Das heißt, wenn ihr auf Lucky Noobs Bildguides geht und euch den Condi Soul Beast anguckt, dann findet ihr unten eine Auflistung unter aller Rotations. Also jetzt mal, welche sind dabei? Da ist einmal bei Kurzburgen, Kurzburgen mit Schneelux, klar. Dann ist dabei Kurzburgen-Dolchfackel mit Schneelux, dann ist dabei Kurzburgen-Dolchfackel mit Iboga und dann ist natürlich auch noch dabei Kurzburgen-Dolchfackel mit Iboga und der Unmerge-Rotation, wo man zwischendurch immer wieder rausgeht. Also vier verschiedene Rotations. Wir werden uns heute aber nur zwei angucken. Und zwar die beiden, die jeweils mit Schneelux sind. Naja, was auch noch dabei wichtig ist, wenn ihr euch die verschiedenen DPS-Zahlen bei diesen Videos anguckt, dann werdet ihr sehen, dass die Schneelux-Benchmarks, dass die höheren DPS hier in der Golem-Arena erreichen. Das liegt halt daran, dass die Builds mit dem, oder die Rotations mit dem Iboga, sowohl die normale Rotation mit dem Iboga als auch die Unmerge-Rotation, dass die halt auf Konfusion ausgelegt sind. Das heißt, die bringen nur was, wenn der Gegner auch wirklich viel und schnell angreift. Jetzt ist es hier natürlich so, dass so ein Golem hier in der Arena gar nicht angreift. Das heißt, man kann hier am Golem zwar die Rotation üben, um die einfach ein bisschen reinzukriegen, allerdings um jetzt zu sehen, wie viel Schaden macht das jetzt eigentlich, ist das hier natürlich nichts, weil der Golem nicht angreift. Darum ist es auch so, dass hier am Golem, an den Golem-Rotations, die Rotation mit dem Iboga weniger Schaden machen, als die mit dem Schneelux. In einem echten Kampf, in einem echten Raid, ist es dann natürlich anders, je nach Boss. Das heißt, da ist dann zum Teil der Iboga einfach stärker als der Schneelux. Also lasst euch davon nicht verwirren, wenn ihr auf der Seite seht, hä, warum soll ich hier diese blöden Iboga-Rotations üben, wenn die eh weniger Schaden machen. Das liegt halt nur hier an der Golem-Arena. Naja, wir werden aber wie gesagt uns mit dem Schneelux verbinden und hier jetzt die Rotations üben. Wir fangen jetzt auch bei den Rotations normalen mit der richtigen, mit der Kurzbogendolch-Fackel-Rotation an und danach gucken wir uns die Kurzbogen-Rotation an und dann sind wir eigentlich durch. Bis zum nächsten Mal.